Ja, aber er meinte, wo er die Tasten belegt hat. Okay, Schiffsspezifikation durchschaltet. Okay. Okay. Der kleine Frank sprach, ja genau, hab mich durchsäglich gesucht. Schall-Whisper sendet 1000 Mal Bitt. Es ging um die Tastenbelegung, wo man die durchführen kann. Und genau das ist es nämlich, man sucht es an der völlig falschen Stelle. Das ist ja genauso wie, das Mikro gehört eigentlich in Allgemein, ist aber im Schiff. Und das gehört eigentlich in Schiff, ist aber im Allgemeinen. Und deswegen, da suchst du dir einen Wolf bei einigen Sachen. Haben sie völlig rational gemacht. Als Verlor nimmst du automatisch jeden Samstag, sowie an der Tagesverlosung teil. Future, du schockierst mich wieder. Es ist ja reiner Wahnsinn hier. Dankeschön. Also, da kann ich nur zu sagen, Leute, dann haben wir im nächsten Monat, wenn es wieder Auszahlung gibt von Twitch, dann gibt es wieder ganz, kein Ding, ich habe dir deinen Abend geraubt. Der kleine Frank sprach, auch danke an Herrn Biest. Nee, nee. Das raubt uns gerade nicht den Abend, sondern das ist ja der Spaß da dran, auch mit anderen zusammen und die Probleme lösen und so. Also, ehrlich gesagt, das ist mein Job auch noch und den mache ich gerne. Also, na, so Probleme lösen und sonstiges. IT-technische Art und hier ist es im Spiel, das ist einfach so. Was wolltest du sagen? Also, ich habe hier was mit Oberflächenmodus unter allgemeine Steuerung. Nächste Seite, vorherige Seite, Y und C. Genau. Deswegen sage ich ja, das ist unter allgemeine Steuerung. Ja. Ja, also, wir sowieso, fünf Minuten bis zum Sprung haben wir noch. So, aber ich muss mal eben, er hat es mir ja auferlegt. Er hat es mir auferlegt. Duraco sprach, Biest 200983, ich habe schon ein schlechtes Gewissen. Na, nein, nein, brauchst du nicht, brauchst du wirklich nicht, brauchst du wirklich nicht haben. Das bringt mir wirklich Spaß. Na, jeder kann sich gerne an, mit, deswegen, liest die Überschrift. Na, was steht drin? Biest sprach, et future unter Strich wisperst, da brauchst du kein schlechtes Gewissen haben. Genau. Na, steht hier auch bei mir drin, du suchst Hilfe, Fragezeichen, und die kriegst du hier. Na, und der, eine Menschheit gegen die Tauin, sag ich dazu einfach nur. Na, und, äh, alles ist gut, alles ist schön, alles ist wunderbar. So, und jetzt? Mike Schipp sprach, hey ho ihr Lieben. Hey ho! Na, Biest sprach, et future unter Strich wisperst, meinst, warum Elite Dangerous mein Main Game ist zum Streamen, die anderen Games sind nur nebenbei. Genau, so, so, so seh ich das auch, so seh ich das auch, das muss ich mal in Gasflasche auch noch heranholen und den Püster. Jetzt wird hier wieder einer aufgeblasen. Da ist es da. Er macht Raumbefüllung. Heute ist wieder mal Raumbefüllung. So, etwas weiter weg mit Nico. Lieber Maul sprach, du hast Fragen zum Spiel. So, da haben wir das soweit. Jetzt müssen wir nur noch das Gas in die... Mike Schipp sprach, die Ballons sind übrigens auch bei mir angekommen. Vielen lieben Dank dafür, mein Bester. Biest sprach, half nicht, dass du dich selbst mit aufbläst, lach. Ja, ich nehme gleich die Flasche in den Mund. Und dann habe ich eine ganz komische Stimme. So. Ja, nur das Sauerstoff-Gas-Gemisch hält natürlich auch nicht so wahnsinnig lange. Aber sonst hält die Gasflasche auch nicht so lange. Bei dem Füllungsvermögen, was die Dinger haben. Und Plapper Maul sprach, hast du gewonnen am Samstags oder bei der Tagesverlosung. Die Gewinner müssen sich proaktiv bei mir melden und ihren Gewinn einfordern. Nicht vergessen. Oh, er verriegelt. Das wollen wir natürlich sehen. Oh nö, ist noch gar nicht so weit. Biest sprach. Und so eine Flasche ist auch nicht billig, wenn man die kauft. Ja. Eben. Ich muss mal eben kurz umschalten hier. Weil er verriegelt ja den Carrier. So, jetzt muss ich erst mal wieder eine Schlinge. Und Plapper Maul sprach, hat jemand Fragen? Nur zu, es gibt keine dummen Fragen. Nur Antworten können dumm sein. So, Verriegelung ist geschlossen. Maul sprach. Immer wieder ein Erlebnis mit dem Carriersprung. Ja. Das auf jeden Fall. Der Carriersprung ist das Highlight überhaupt. So. Komm. Haken. Nimm mal auf das Ding. Ich kann nicht richtig gucken, oder was? So. Nur hinkt er. So, eine Minute 28 bis zum Sprung. Da saßen sie und guckten. Da saßen sie und guckten. So. 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 Aber, Maik, die hast du ja auch gewonnen, ne? Das ist eben so. Alf sprach, die Carrierfinanzierung ist zurück. Du hast noch keinen? Dann bewirb dich jetzt. Siehe Kanalpunkte. Einmal von der Anwärmung. Mike Schipp sprach. Find ich toll. Was du für uns alles machst, mein Liebe. Es muss Spaß bringen. Es muss Spaß bringen. Mir auch. Mir bringt's auch Spaß. Und Plappermaul sprach. Tagesverlosung aktuell. PS5 Slim Digital Edition oder Steam Code zu einem PC-Spiel. Duraco Sprach. Der ist halt was. Fast wie ein Film. Ja. Und von außen sieht das auch spektakulär aus. Da fliegt er nämlich in ein schwarzes Loch, was sich plötzlich bildet. So eine schwarze Wolke. Und da ballert er rein. Und genauso am Ankunftspunkt kann man dem Ganzen auch beiwohnen, weil die Position wird gleich so gesagt als Marker angezeigt, wo das dann stattfindet. Und das Ankommen sieht auch spektakulär aus. Biest Sprach. Wie die Targoiden nutzen ja auch die schwarzen Löchergrenzen. Wir nutzen hier alles. Volle Programm. So. Willkommen in Mimotuchi. Hier halten wir uns viel auf. Weil das System ist nämlich echt sehr lecker. Duraco Sprach. Ja, das war wirklich der Hammer. Ja, das ist doch schon mal. Das ist doch schon mal wenigstens ein Pluspunkt bei dem Game hier. Wenn etwas wenigstens schön wird. Ich kümmere dich. Das war wirklich nicht. Das war wirklich nicht. Ich bin zuerst. Ich baue dich. Ich bin zuerst.